Nach einem arbeitsreichen und auch sonst stressigen Tag, meldet sich Domi wieder zurück und spielt, obwohl er ziemlich kaputt ist, dieses Spiel Drama Mystery weiter. Ähm, und ich muss erstmal gucken, was da überhaupt nochmal war. Da hinten war Merlins Haus, das war dieser komische Frosch. Big Hole in Forest? Was? Och nein, ich erinnere mich. Das war ja die Level, die ich... Äh, ich save jetzt hier mal. So, äh, nie spielen wollte, aber ich kontinuierlich gefailt hab. Und ich werde hier trotzdem einen Save machen, egal was ihr sagt. Ich mach das nicht nochmal und ich hoffe mal, es kommen keine Note-Blocks mehr. Das hätte ziemlich in den Anus gehen können. X. Sprung. Also wenn Brasilien wirklich so ist, dann möchte ich nie nach Brasilien. Das heißt, hier gibt es einen alternativen Ausgang, den ich natürlich finden werde. Oh Gott, oh mein 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 Gott. Wieso hab ich sowas gemacht? Wieso hab ich sowas geahnt? Ich werde diesen Schlüssel mit meinem Leben verteidigen. X. Umgedrehtes Kreuz, wie böse. So, was haben wir hier? Geeks? So lasse man mich in Ruhe. Ich hab bis jetzt noch nicht mal ansatzweise irgendwas gefunden, was man aufsperren könnte. Normalerweise sind doch diese Secret-Exits relativ simpel. So fände ich mich ins Sinne. Ist da unten was? Nee. Hm. Hm. Oh, du geiler Schlüssel. Hä? 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 Äh. Weg mit dir, ich brauch dich nicht. Ähm, such ich das ein andermal. Wie mache ich? Ich mach's wahrscheinlich mit dem Pfi Mario, ich suche die Secret-Exits auf-camera. Was kommt denn jetzt? Versus Yoshi? Mit Pfote. Versus Yoshi. Na gut. Fortz mal Yoshi. Yoshi, I'm happy to see you here. Yeah, we need help to go to the Sapiens-Mountain. Can you help us to get on the top of this place? Dot dot dot. Dot dot dot. Yoshi, are you okay? G-Gvaharrrrr. Uuuh. Ja gut, dann komm mal her, du dummer grüner Dino. Ich wollte dich eh schon mal immer vermöbeln. Hm, sowas nicht geplant. Iiii. So. Ein tollwürdiger Grino- Grubgrüner Dinosaurier. Der mein Popo-Loch möchte. Wom her. Du bist einfach, Yoshi. Na komm, ein Dotzer noch. Zu leicht. Gut. Ouhh, 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 ouhh... Fein! Was kommt denn jetzt? Natives! Schauen die auch so cool aus wie die Piraten! Oh, yeah! Das ist cool! Me gusta a... Ahh... No me gusta. Ich weiß, ich rede hier Spanisch, obwohl das... Obwohl die Kasper hier Portugiesisch sprechen, wahrscheinlich, aber... Ist mir egal. Me es igual. Kommt her, ich werde euch küssen und liebkosen, weil ich euch liebe. Stern! Zwischensafe! Woosa! Super Saiyajin Luigi! At your service! Oh, das war richtig episch grad. Ich schicke mich jetzt trotzdem etwas, weil ich trau diesen Sachen hier grad nicht so. Wenn der Stern ausgeht, bin ich nämlich ziemlich im Popo. Was nicht bis der Fall war. Wenn der Stern ausgeht... Sooo... Sehr schön. Pilz! Wahrscheinlich passiert jetzt gleich wie vorher. Nein, tut's nicht! Doin, doin! Ich nehm dich mit, weil ich dich mag. Nein, unter Wasser! Nein, 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 nein! Ich hab den wirklich dabei! Pfff! Yes! Strike! Ach stimmt ja, man fettet ja labern unter Wasser. Oh Gott! Oh, leck mich doch! Oh, leck, oh, leck, oh, leck, oh, leck! Ah, ich bin ersoffen! Das heißt, der darf mich nicht erwischen. Ansonsten wird's sehr ungesund. Oh mein Gott, sind das viele! Bleibt mir fern! Bleibt mir fern! Ich will diesen Pilz! Was zum Teufel? Oh weh! Nein! Nein! Gut, mach mal halt Kamikaze. So. Ja, noch einer! Me gusta! Nein, nein, nein! X! So! Und jetzt, wie? Wie? Ich hab' noch maßig Zeit! Diese Mal hab' ich sogar auf die Uhr geschaut! Wir haben noch maßig Zeit! Maßig Zeit! MASSIVE Fortress! Zeig' mal deine MASSIV! Yes! Woop! This fortress is massive! Toll! To pass, we have to go through the rooftop! Good luck, danke! So. Ui! Die sind wirklich massiv. Und ich mag die nicht. Fa-fa-fa-fa-fa-fa. So. Grüß Gott. Hallo grüner Knochen-Trock. Und grüne Boney Beetle. Oh Gott. Ich speichere schon wieder viel zu oft. Heek! Bleib unten. Oh Gott. Ach! Da kann man... Ja. Runterfallen. Feuerblume! Und so wie ich mich kenne, habe ich die eh nicht lange. Yay! Massiv? Natürlich. Hm? Der ist nicht massiv. Hm. Hm. Unten könnte theoretisch ein Secret Exit sein. Das ist zumindest so einladend dafür. Jetzt geht doch mal alle weg! Ich! Ick! Äh... Was passiert denn, wenn ich da... Ja, genau. Weitergehe. Nein, wartet mal. Wahrscheinlich komme ich da dann raus. Das ist nur... Ja. Och nö! Och nö! Ich sag schon mal auf Wiedersehen, Feuerblume. Nicht mal. Achso. Mein Pin spawnt wieder. Me gusta! Me gusta! Me gusta! Me gusta! Me gusta! Me gusta! Was mich... ...nicht gustat, ist... Bugs! Hau ab, hau ab! Ach, da kann ich! Wieso probiere ich das aus? Warum, warum, warum? Da stand Trude Roof. Also gehe ich Trude Roof. Meine Güte! Ich bin ein Lieberklemmtner und ich liebe Schildkröten. Also lasst mich in Ruhe! Ja! Nein! Nein! Oh cool! Verschwind. Kruzifix. Safe. Sollte ich nicht eigentlich durchs Dach? Das erinnert mich an irgendwas, aber ich weiss nicht gerade an was. Dieser Riesenbaum stammt ja bestimmt aus Donkey Kong, was? Ah. Na, ach du grüner Hering. Super. Wer soll's? Ich habe einen Pilz bekommen. Ähm, danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ich soll hier das Waschbecken abbauen? Hi! 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 Wow, 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 wow. Kamikaze, aber... Verdammt. Fuck, 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 fuck. Wisst ihr, was ich liebe? Es ist einfach, einen Lebenspunkt zu haben. Es geht... ... ... ... Hi! So, diesmal nicht. Uff, uff, uff! P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Pupp, hupp, hupp, hupp. Pupp! Jetzt, hau! Ey, du blöder, kleiner, roter Cooper! Nein! Okay, das war wahrscheinlich ein ungünstiger Save, den ich später wahrscheinlich bereue. Zwischenpause! Yax! Jarks. 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 Huhahaha. Huhahaha. So. Haben wir es jetzt. Genug Baumstämme habe ich hier schon gesehen. Danke. Ich sollte mal speichern. Genau aus solchen Gründen. Ich lasse mich in Ruhe. Servus. Raus. Schaden. Huperscheißender Chuck. Äh, Werfender. Entschuldigung. Oh mein Gott. Das schaut ja schon mal sehr einladend aus. Nyang nyang nyang. Bush of our love. Ja, das machen wir im nächsten Video. Diesen Bush of our love. Wer weiß, was da auf unserem lieben kleinen geilen Klimten erwartet. Wahrscheinlich ein großer Pümpel. Ja, blöder Witz. Ähm, ja. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Also, Servus. Witz. Witz.